Die Kollegen kommen alle rein und ich fall tot um und er fängt an mit der... Ich glaub, der hat locker 30 Schuss mit der P90 draufgehalten. Bis er ein scheißmickriges Hirn geschnallt hat, dass es da nix mehr draufzuschießen gibt. Aber ist okay. Das sind P90 Spieler. Was würden wir machen? Was würden wir machen? Ah, zu gut, ey. So, was haben wir eigentlich hier? Uh. Das ist Miami Rice live. Uh, hallo. Vor allen Dingen pusht er mich mit dem Jump Pad und pusht gar nicht richtig. Der ist irgendwo gelandet, aber nicht bei mir. Das war ziemlich cool gerade. Der ist neben mir gelandet. Naja. Nicht mal neben mir, der ist hinter mir gelandet. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Das... Das Geile ist eigentlich Season 8. Lässt Schwitzer echt dumm aussehen, ne? Weil es sieht halt... In keiner Season sah... Sah Schwitzen oder... oder Triaden so beschissen aus wie hier. Boah, ne? Ich scheiß auf die Battlefield 5. Was? Äh. Ja, das ist auch kein Deutsch. Sorry, aber... Wen scheißt du? Und warum? Ah, verdammt. Loll. Will ich mich gerade verscheißern? Was ist denn? Quatsch. Ich habe gerade eine Kiste vernichtet. Hat keiner gesehen. Warum stellen die denn eine Kiste auf so einen... einen Schlagding? Ich mache das öfters. Wieso gehen eigentlich alle auf ein Haus, Alter? Mensch, was ist denn noch los, ey? Was? Ich habe immer noch keine Waffe. Kann mir mal einer sagen, was das Piepen zu bedeuten hat? Der lag am Boden und seitdem hat es da gepiept. Soll man niedergestreckte besser finden, oder was? Da liegt Muni. Alter, ich brauche keinen Muni. Ich brauche Waffen. Ja, okay. Ich brauche den. Oh, das... Oh shit Ist der gerade echt abgehauen? Oh, da ist ne Pump Loil, loil Was ist denn das eigentlich gerade für ein Scheiß? Alter, really? Bin halb tot? Na gut, mit dem Loot hätte ich mich aber auch verkrochen, Alter Nehm mal ne Deal mit So Ich glaub auf dem Schiff muss noch einer sein Weil der hat Der hat sich hier so außerhalb versteckt wie Sogar noch zwei Alter Wieso? Ja, natürlich Nein, fuck Voll really, Alter Die kommen mit mir mit anstatt von hinten so wie du oder so, weißt du? Das ist Ja, ich muss mich ja um jemand anderen kümmern Wie findest du, dass man Waffen markieren kann? Ganz toll Ist doch nicht kacke, ist doch geil Können wir nicht Deine Songs sind richtig geil MKI, danke Mein Freund sagt, dass alle Xbox-Spieler nix können, dann habe ich ihnen deinen Kanal gezeigt und dann hat er Schnauze gehalten Wie fucking geil Oh, wie fucking geil ist das denn? Oh Wie fucking geil ist das denn? Na, der Schnauze, der muss seinen Schnauzen halten, der hat keine Ahnung Also, gut, Jumma Kai Also, der, der abgehauen ist, ne Der hat sich zu nem Busch gemacht und er hat sich dann neben ne Palme gesetzt, so wie du das gestern gesagt hast Plus, er hat sich nicht in diesem Wald hier gepflanzt Gegen wer, wer schießt denn hier? Das ist keiner von uns gerade, oder? Wow Den rum angefangen Och, Alter Irgendwie schießen unsere Leute Na, der Rote zumindest, der markiert halt keinen Äh, da unten ist ein Automat, kannst du mal nachgucken, was da drin ist, oder bist du schon zu, du bist schon zu weit weg? Ist der Automat noch drin? Alter Really? Ja, der kämpft ja gegen Leute Ne, warte mal Jetzt bin ich hier unten der Trottel, der hier unten steht Fuck, echt jetzt? Oh ja, die sind bei mir Der hat aber auch gegen jemand anderen gekämpft, müssen wir aufpassen Ist der noch dort unten? Ähm Ah, die sind hier Ich steh Geht's los? Ja, der rennt weg! Ja, grau noch Eier Ja, komm, Alter Wie? Was? Wo? Quatsch! Sag doch was! Der sagt auch wieder hinter ner Ecke Wo ist der? Alter, ich setz mich demnächst auch nur noch hinter Ecken, Alter Mk, ich grüß dich Also geklaut ist in Videospielen nix Man hat sich inspirieren lassen und fertig Ist auch nix, nix schlimmes Aber ich mag das Wort geklaut nicht Zum Beispiel auch die Funktion mit dem, ähm Mit dem Respawn Das hat Das haben die schon etwas länger geplant Und das schon etwas länger getestet Die Leute von Epic Games Deswegen Alter Au Erstmal im Popschutz hängen geblieben Mh Ja, wollte ich grad sagen Aber da kommt Zona grad Alter, die grad haut Jetzt hab ich grad auch nicht den Plan gehabt Die ist leiser geworden, ne? Die Season Die war ja letzte Season am Ende ganz schön laut Meine Lieblingswaffe Ska Mit Abstand wieder Welcher? Ist egal, Alter Ist scheißegal Gestern war die Silent Ska natürlich Überhart Ey Aber guck mal Im Gegensatz zu gestern komme ich heute überhaupt nicht mit dem Bauern klar, ne? Also gestern war richtig geil Aber heute, ey, boah, ist doch ein Wurm drin Da ran, weil wir gestern Ja Dass du gestern nicht gespielt hast Das Team, äh, das Team lenkt ab Ich Schau keinen Druck mehr Einfach, einfach zu deinem Kumpel sagen Geklaut ist ein Kackwort Oh, ich hab ne Jump-Head, nice Jetzt hab ich vor allen Dingen deine Habe ich vor allen Dingen deine Sniper jetzt noch Ist doch scheiße Ach War das überhaupt deine? Ne, ich hatte keine Jetzt rüber pushen Los, komm Hm, ich sterbe klein Der hat sich wirklich den Scan gekauft Ernsthaft Du bist Alter, Kirk, du siehst das, ne? So viel schönes Loot für dich. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, was hast du dir so gedacht? Hm? Despa! Warum hab ich denn das die ganze Zeit im Kopf? Kannst du mir das mal erklären? Keine Ahnung, was du für Scheiße machst, Alter. In deiner... Ja, ja! In deiner Frau. Was? Eine Frau mag das Lied nicht. Ich hab keine Ahnung, warum ich das im Kopf hab. Ach dir, die kämpfen jetzt nach hinten. Oh, das ist interessant. Ohhhh, really? Vielleicht läuft einer rein. Äh, warte mal, ich hab vergessen, wie ich das wechsele. Ich hab dich raus. Oh, das ist nicht ein bisschen wütend! Oh shit! Oh shit! Ich hab dich raus. Wir wollen nicht auf einmal. Wir wollen nicht die Brille! Die Brille! Ich hab dich raus! Ich weiß nicht. Alter, das Motorrad ist noch am Bauen. Ja, piek halt. Wow, vorbei, vorbei! Jetzt hat mir aber das Arschloch gekribbelt, du. Wo soll er hin? Oh, das ist der Letzter! Der Letzter? Ja. Oh, bitte wird mich überhütig. Oh! 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 Yes! Oh! 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 Das guckt man uns an! Das guckt man! Oh! Damn! Dazu sage ich jetzt mal nicht! Oh! Oh! Ups! Alter! Ich muss mir das angucken! Also, pass auf! Erzähl dir, was passiert ist! Ja? Und dann gucken wir nach, ob es wirklich so ist! Oh! 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 Also, pass auf, erzähl es dir! Der Typ, ja? Hat dann gedacht, ja gut, scheiß auf den, ich hole erstmal den anderen Lappen! Und will ihn finishen wegen dem Leben! Ja, weil ich ihn ja Schild abgezogen habe! So! So! Ich stehe da oben, will mir grad auch Schild wieder hochladen und er will ihn finishen und schieß dabei sich selbst runter! Wollen wir mal wetten? Oh, no! Oh, Harz! Kein Kommentar! Oh, man! So gut, das gucken wir uns jetzt an. So, warte. Ähm, ne, nicht ran zoomen. King 4.0, ja, da bist du gerade richtig gekommen. Äh, warte, noch weiter. Was ist das jetzt? Hat den Bereich der Wiederholung verlassen? Äh, warte mal, müssen wir mal hier wieder. Da, okay. Schon wieder im Bereich der Wiederholung verlassen? Ja, aber, hä? Ich stehe doch genau daneben, Mensch. Gut, hier haben wir schon mal den einen. So, warte mal, ich will mal, ich will mal so ein Schwitzer-Gameplay sehen. No-Skin-Schwitzer-Tifu-Player hier. Oh, hab ich da auch noch vor. Da, da. Da, Predators. Was machen sich die Leute eigentlich für hässliche Kackname? So, warte mal, wir müssen das, wir müssen das mal mit Dings gucken. Hier, warte. Namensschilder. Ja, perfekt. Ähm. So. Jetzt gucken wir mal, wie unser Schwitzer gestorben ist. Das muss so nervig für ihn sein, wenn ich da oben stehe, Alter. Überhaupt nichts an Bauen mache. Guck mal, da hätte er mich schon haben können. Da, da hat er sich zu viel aufs Bauen konzentriert. Was macht Da jetzt? Was macht da jetzt? Was macht da jetzt? Jetzt, jetzt holt er sich ihn, okay. So, hier hat er Panikgeschoben. Nein, hat er nicht gemacht. Lüh. Jetzt weißt du, wie er gestorben wird. Es tut mir so leid. Alles gut.